Du willst wissen, was für neue Filme im Kino starten? Dann bist du da genau richtig. Ganz herzlich willkommen zum FilmUp, deinem Kinomagazin auf Star TV. Wollen wir nicht nachsehen? Halt die Fresse, Mann. Oder willst du vielleicht, dass wir beide erschossen werden? Stalin ist tot. Er ist tot. Stalin ist tot! Oh mein Gott. Der Genosse Generalsekretär liegt würdelos in einer Pisslache. Fühlt sich unwohl. Eindeutig. Ich will auf der Beerdigung meines Vaters eine Rede halten. Kein Problem. Theoretisch nicht, aber praktisch gesehen... Als ich sagte, kein Problem, meinte ich eigentlich ein Problem. Entschuldigt mich. Stalin wollte immer ein einiges Zentralkomitee. Wer ist dafür? So beschlossen. Ein... Stimmig. Wir brauchen einen Wandel. Tja, und wer von uns geht dabei voran? Na, das bleibt ja wohl an mir hängen. Hinterältiges Arschloch. Das Rennen hat begonnen. Wir brauchen jetzt dringend einen Plan. Wie willst du denn beim Rennen Pläne schmieden? Ich hab keine Ahnung, was da vor sich geht. Ich bin der Friedensstifter. Ich mach jeden fertig, der mir in die Quere kommt. Los jetzt! Bewegt euch mal, ihr schlappen Pussis! Hol ihn! Abgeben! Schießen! Erschieß sie zuerst, aber er soll dabei zusehen. Erschießen und vor den Altar legen. Um die Restlichen kümmerst du dich. Wir müssen handeln. Ich brauch dazu deine Hilfe. Ich bin gezwungen, dieses Gespräch zu melden. Androhung von Gewalt gegen ein Mitglied des Politbüros zum Zweck der... Was machst du denn für ein Gesicht? Ich hab Deutschland erobert. Ich denke, diesen Fleischkloß krieg ich auch noch klein. Egal was passiert, ich werde nicht zulassen, dass Ihnen jemand etwas antut. Vielleicht erschieße ich mich lieber, so wie Mutter. Gültiger Gott! Hat Coco Chanel dir auf den Schädel geschissen? Nein, hat er nicht. Also Stalin hätte das gefallen. Ich mach für dich weiter. Viel Glück, die Damen! Wisst ihr was, ihr alle? Leckt mich doch an meinem russischen Arsch! Was hältst du davon, wenn ich einen Artikel schreibe, der heißt Warten auf Romy, in dem es darum geht, auf Romy Schneider zu warten, die letztendlich nie erscheint? Ich darf an diesem Ort nicht essen, nicht trinken, nicht rauchen, nicht lachen. Nichts. Du ziehst das wirklich durch. Ich bin sehr beeindruckt. Wollen wir anfangen? Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Gut. Und? Wo kommen Sie her? Ich wusste nicht, dass Sie ein Interview mit mir führen wollen. Ich bin so froh, dass Sie da seid. Juhu! Ich versuche gerade, aus so einer Art Zwangsjacke auszubrechen. Ich bin so froh, dass Sie da sind. Sag alles ab. Schick sie einfach alle zur Hölle, Romy. Es hätte alles irgendwie besser laufen können mit meinem Leben. Im Moment sind Sie down. Aber das geht vorüber. Weißt du, Romy hat mich wirklich berührt vor allem. Alle sind von Romy Schneider berührt. Du bist da nichts Besonderes. Was machst du hier? Ich halte Wache, Labelle. Wo sind Madame Sissi? Nun, ich bin Romy Schneider. Mein Name ist Rory McNeil. Mit den Pillen hier behandle ich immer die Pferde. Ich bin ein altes Pferd. Setz dich in diesen Flieger und lass dir endlich helfen. Ich habe ihn seit 15 Jahren nicht gesehen. Er ist hier, weil er zum Arzt will. Wir interessieren ihn in Dreck. Ach, Emily steht also nicht. Mann? Aber sie hat doch Brüste. Dad! Ich will die blutigste Wurst, die Sie haben. Geben Sie mir Ihren rauchisten Whisky. Was ist das für ein Zeug? Sie lächeln. So haben sich die Etrusker immer ihre Toten vorgestellt. Tod sehen die für mich nicht aus. Kann man nicht mit einem Lächeln sterben? Was machst du denn da? Ich filme ihn. Weg das blöde Ding weg. Schau ihn an. Mit deinen Augen. Ginge es nach dir, würde sich auf der Welt nie was ändern. Halleluja! Ich wollte nicht aus Valisei weg, sondern wegen dir. Es wird der Tag kommen, sehr bald schon, an dem ich nicht mehr ihr sein werde. Ich mache mit ihm nicht den gleichen Fehler, den ich bei dir gemacht habe. Tu, was du liebst, solange du es kannst. Jeden Tag ein Schluck oder vier. Und es kommt nie ein Arzt zu dir. Ich möchte dich wirklich gerne in meinem Leben haben. In dem, was noch übrig ist. Was ist hier los, Maria? Hat jemand Geburtstag? Nur ein kleines Dinner für zwölf. Dreizehn? Wer war das? Dad hat mich eingeladen. Er hat kein Wort gesagt. Typisch. Ich will keine 13 Gäste an meinem Tisch. Das bringt Unglück. Ich brauche noch eine Frau. Madame? Ich bin Dienstmädchen. Das werden wir doch nicht sagen. Ich kann nicht lügen. Ich bitte Sie, Maria. Alle Frauen können lügen. Man muss einfach nur lächeln. Und Professor? Sie strahlen. Ich bin David Morgan. Ich bin Maria. Kein Familiennamen? Nicht-deuter-habend. Reden Sie einfach nicht zu viel. Sie sehen aus wie Hugh Grant. Trinken Sie nicht zu viel. Oh, oh, oh. Lassen Sie mich mal. Ich bekleckere mich gern mit Wasser, damit Frauen mir zur Hilfe kommen. Ho, 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 Madame. Ein Geschenk für dich. So ein Fiasko. Sie trifft sich mit ihm, Bob. Oh mein Gott! Ho, 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 Madame. Das ist wie ein Autounfall in Zeitlupe. Ist er etwa in Sie verliebt? Ist das möglich? Gib es zu. Sie hat einen tollen Arsch. Oh, Bob. Ich kann mich nicht unter diese Leute mischen. Ich kann's nicht. Das ist nicht Ihre Welt. Sie spielen außerhalb Ihrer Liga. Er liebt mich, Madame. Sie betürt mich. Wir sollten David die Wahrheit sagen. Nein, ich brauche das Geld. Ich habe etwas gefühlt, als er mich angesehen hat. Das Einzige, was Sie gefühlt haben, war Alkohol. Ich bin eine Frau, kein Dienstmädchen. Ich bin genauso viel wert wie Madame. Ich habe einen einfachen Wunsch. Ich will glücklich sein. Als ich dich fand, sah ich Ruhe, ungezähnte Macht. Und darüber hinaus etwas wirklich Außergewöhnliches. In mir ist etwas, das schon immer da war. Und jetzt ist es erwacht. Und ich brauche Hilfe. Ich habe diese ungezähmte Macht nur einmal zuvor gesehen. Damals hat es mich nicht genug geexticht. Doch jetzt schon. Lass die Vergangenheit sterben. Töte sie. Wenn es sein muss. Nur so kannst du werden, wozu du bestimmt bist. Wir sind der Funke, der das Feuer entfacht, das die Erste Ordnung vernichten wird. Komm schon! Der Weg ist ein anderer, als du ihn dir vorgestellt hast. Erfülle. Erfülle. Dein. Schicksal. Ich brauche jemanden. Der mir meinen Platz in all dem zeigt. Star Wars. Die Letzten Jedi. Schön, dass du mit dabei warst. Ich wünsche ganz viel gute Unterhaltung im Kino. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Eine gute Zeit. Einen schönen und Tschüss.